ja hallo zurück zu fallout also ich bin hier mit dance sitze ich hier freundlich vor da steht es bei euch noch vor strong dann gehen wir mal rein jetzt wir sollen ja die waffen kann man sichern mal schauen na schaut ja schon wieder ganz toll aus die tf was ist denn das für eine knarre ja klingen so gut s s ja, ist ja gut so, was hab ich denn noch? ich muss mal kurz eben gucken, dass ich auch was vernünftiges kriege ähm, warten oh komm, das ist immer so eine Scheiße ja 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 Das war's. Alter, wo sind die denn hier schon wieder? Mann, Mann, Mann. Ah, komm. Ich hab nicht nur was gehört. Ich hab nicht nur was gehört, ich hab nicht nur was gehört, ich hab nicht nur was gehört. Okay. Also, gucken wir mal hier weiter, oder? Wo ist Kollege? Ich hab schon hier kaputtes Bein. Na, schauen wir mal, da geht's drauf. Ja, genau. Ja, genau. Null Amo. Was ist denn los? Ah. Haha. Präzisionsgewehr, Scheiße. Schrote. Schrote, sieben Schuss nehmen wir die erstmal. Mann, 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 nein. Nein. So, das schaut überschaubar aus. Was? Okay, fahren wir hoch, oder? Hä? Hä? Komm schon. Okay. Na, wir fahren wohl eher runter, oder? Ja. 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 Wir fahren jetzt runter. Wir gucken jetzt mal, wir fahren jetzt an. Wir fahren jetzt weiter. Ja, das ist toll. Ich bin jetzt bei mir. Rüstungswerkbank, oh, tja, nicht jetzt. Verlager können wir immer gebrauchen, was haben wir noch? Redex, gut. Oh, unliegt. Geister. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ups. Haben wir es jetzt, okay. Okay, wenn der Geigerzähler ordentlich tickt, dann lass mal ein bisschen Redex einwerfen. Äh, wo ist es? Da. Muss aber unbedingt Amo einsammeln, sorry. Paketenwerfer nämlich auch mit. Das ist noch sehr ugly, aber ich glaube, wir müssen da hinten rein. Du trägst so viel, ey. Ich trage eine Powerrüstung, Leute. Da kann ich doch ein bisschen was... Dachte ich zumindest mal. Okay. Das sind die Berichte, ne? Okay. Müssen wir kurz ein bisschen was loswerden. Oh, okay. Das ist das, was wir tun. Das ist kein Herz. Oh, okay. Oh, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, okay Das sieht gut aus Das ist das Zeug, was sie suchen, ne? Ja, so, Kollege Dance, wo bist du denn? Oder, ich gucke noch mal kurz, Mission ist Moment mal Mission war, sorry, Mission war, sprich mit Paladin, wo ist er? Ey, Paladino ist schon wieder rausgegangen, oder was? Diesen Irrsinn zu beenden Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf Ich hab gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Das wäre der erneute Weltuntergang Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind Du brauchst dich nicht zu entschuldigen Du hast mich daran erinnert, wieso ich das alles mache Danke, Schwester Es tut gut zu wissen, dass du dir meinen Rat zu Herzen nimmst Naja, genug davon Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt Und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast Du solltest zu Pritwin zurückkehren und mit Maxon sprechen Ich bin sicher, er will sobald wie möglich eine Einsatznachbesprechung Wegtreten Du deckst meinen Rücken, ich dein Okay Ich bin sicher, ich bin sicher Okay, können wir zurückfliegen oder wie soll das gehen? Du solltest der Bändel zurückkehren Da hinlaufen oder was? Okay Kommt der Kollege denn mit? Nö Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Krass! Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Wirti-Wirt wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Danke, Ältestad. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser erscheinendem Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten das Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Was immer Sie brauchen, Ältester. Sagen Sie es mir einfach. Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Im Moment nicht, Ältester. Gut. Dann wegtreten. Dann will ich mal wegtreten. Okay, ich will mal ein bisschen meine Powerrüstung reparieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Station. Okay? Also, bis dann. Ciao. Ciao.